jetzt muss ich ja 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 Ja. Halia. Das ist überhaupt nicht gerettet. Aha, okay. Ich habe die in der Mitte die 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 Das war's für heute. Der hatte Vorräte, ist ja gut. Der übrigens irgendwie auch, ne? Das ist ja irgendwie jung, ne? Da sind sie alle beide. Ich kann nicht... So viel Blut. Ja, mein Herr. Die Mongolen haben sie. Bleibt hier! Ja, mein Herr. Das Zappschnatter, mein Herr. Boah. Alter, wie kann ich die Bauern bitte retten? Alter, ich kann die ja nur alle mit hier abschießen. Okay. Boah, da bin ich gar nicht gut. Die Mongolen haben sie... Bleibt hier! Steig! 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 Geht in! Geht gut! Tschüss, bisschen! Mach dich! Steig! Bleib! ...dashon! Dasha! Blut! Ich hab dich auf! Dasha! 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 Fertig, du hast es! Die Samurai, du hast du her. Was hat er nicht mehr? Ich bin jetzt nicht mehr. UNTERTITELUNG Ich bin dann echt dicht, vor allem brauche ich mich wie ein Köcher mit 25 Millionen Pfeilen, ey. Yukio, ich dachte du wärst tot. Er kämpfte wie ein Tier, wie ein Dämon. Nur wenn ich gegen Mongolen kämpfe. Wir gehen zur Schmiede, bleibt bei uns. Ich bin der Schmiede, ey. Ich bin der Schmiede. 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 Was ist das? Er ist geschafft. Er wollte eine Familie aus dem Haus am anderen Ufer holen. Sie ist noch nicht wieder zurück. Verdammt. Entfach das Feuer erst, wenn wir zurück sind. Was ist sie denn? Wirklich hier. Wir können die Schmiede entfachen. Taka meinte, du suchst eine Familie? Ich kam zu spät. Die Mongolen haben sie erwischt am anderen Flussufer. Diese Leute nahmen meinen Bruder damals als Lehrling auf. Dann lassen wir sie nicht zurück. Dann los. Samurai. Wo ist Samurai? Sag Wahrheit. Sonst, Freunde werden leiden. Wir kennen keinen Samurai. Oh, sieh fest von deinen Leuten. Sie sind weg. Bitte, lass uns gehen. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Wo kann man jetzt hin? Doch. Doch. Ich bin schon! Los! 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 Guys, haben wir getötet? Aaaaah! Okay. Nochmal. Samurai! Wo ist Samurai? Sag Wahrheit! Sonst, Freunde werden bleiben! Wir kennen keine Samurai! Wo? Sie sind fest und deine Leute! Sie sind weg! Bitte, lasst uns gehen! Hahaha! Hahaha! Oh, wie ist denn jetzt? Dann durch起來! Das sind die Schmall! Sie sind aber in den Schmall! Sie sind sicher! Sie sind schmall! Sie sind eingeschossen! Sie sind in der Schmall! Ihnen ist der Schmall wieder soos alt! Tengtwein! Tengtwein! Oh Gott. So. Ihr habt uns gerettet. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Schafft ihr es bis zur Schmiede? Ja. Ich glaube schon. Bleibt alle dicht bei mir! Woher kam der denn? Eine lange Geschichte. Wie er sie getötet hat, das ist kein Mensch. Vielleicht habt ihr recht. Wie lange! Wie lange! Die Schmiede. Wie lange! Können wir nicht haus, ne? Juna, den Göttern sei Dank. So. Entfacht das Feuer, Tacker. Was ist mit den Mongolen? Diesen Ort werden sie nicht zerstören. So haben wir die Chance, alle zu töten, wenn sie uns nicht zuerst töten. So oder so werden wir hier kämpfen. Das wird interessant wirklich sein. So. 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 Hilfe! Bitte! 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 mongolen sind in der schmiede wir müssen was tun ich Ich hab' nicht getan! Ihr müsst das nicht tun! Nicht mehr, wenn ihr wollt! Ich wollte nicht mehr, wenn ihr wollt! Ich wollte nicht mehr, wenn ihr wollt! Bitte! Du schuld, Alter! Du möchtest mich gehen! Ich mag' nicht mehr! Bitte! Ich will gehen! Nicht mit! Bitte! Wir liegen auf der Kugel! Ich kann euch nicht mehr! Für die Gorte! Ich muss das nicht mehr! Bitte! Bitte nicht mehr! Ich hab' nichts getan! Was hab' ich getan? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! nein nein ich kann es nicht glauben ich alter dieses ich weiß schon warum ich solche spiele nicht unbedingt so richtig gerne mag von allen Ich bin nicht mehr. Bogen schützen! Sie umzingeln die Schmiede! Wir müssen sie töten! Diese vier Spieße-Typen, also die mit einem Spieß. Kürze! Genau, jetzt... Sie umzingeln die Schmiede! Wir müssen sie töten! Die Schmiede! Oh, oh! Alter. Diese Typen. Diese Typen, ey. Ich habe den gekriegt, aber den nicht. Gegen diese Typen habe ich irgendwie keine Chance, weil ich nicht weiß, wie ich das machen will. Zwei Treffer. Ey, das ist so peinlich. Das ist so peinlich. Das ist so peinlich. Und ein Bauer ist gestorben und den konnten wir auch nicht mehr retten. Sag mal, wie stelle ich mich denn an? Nein. Bauchten. Bauchten.